Was für eine Nachricht! Lucas Cordalis, 54, kann aufgrund seiner Corona-Infektion zum Start nicht ins Dschungel-Camp 2022 einziehen. Doch kaum macht die Neuigkeit die Runde, gibt's auch schon erste Gerüchte über einen möglichen Ersatz für den Sänger. So soll zum Beispiel Jasmin, Lünchen, Wagner an seiner Stelle ins Camp ziehen. Schließlich ist die 41-Jährige auf ihrem neuesten Instagram-Post in Südafrika zu sehen. Aber was ist wirklich dran an den Gerüchten? Wir klären auf, RTL bestätigt, es wird keinen Ersatz für Lucas Cordalis geben. Mit Tränen in den Augen hat sich Dschungel-Kandidat Lucas mittlerweile bei seinen Fans gemeldet. Nach einem positiven PCR-Test kann er nicht wie geplant mit den anderen elf Stars ins Dschungel-Camp einziehen. Ob der 54-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt einziehen wird, ist noch unklar. Lesetipp, das sagen Jenny Frankhauser und Familie zur Schock-Nachricht, klar ist dafür aber eines. Es wird keinen Nachrücker wie Jasmin Herren, 43 geben. Sollte Lucas also nicht mehr ins Dschungel-Camp ziehen, kämpfen elf Teilnehmer bei, ich bin ein Star, holt mich hier raus. 2022 um die Dschungel-Krone. An den Gerüchten um Blümchen ist also nichts dran, Dschungel-Camp 2022 im TV und auf RTL Plus. Ob Lucas Cordalis doch noch ins Dschungel-Abenteuer starten kann, bleibt also abzuwarten. Für die anderen Stars geht's am 21. Januar um 21.30 Uhr bei RTL Los mit dem Dschungel-Camp 2022 Ibis läuft dann täglich live ab 22 Uhr, donnerstags schon ab 21.15 Uhr. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es den Spaß auch im Livestream auf RTL Plus. Alle Folgen von, ich bin ein Star, holt mich hier raus, stehen im Anschluss natürlich online zum Streamen bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ...